Ich hab keiner mehr gefunden. Wir haben sie auch versteckt. Aber von der Zeit her hätte es gepasst, richtig? Ja, von der Zeit her wäre es nicht so ausgegangen, hätte ich jemanden gefunden. Dann können wir das so lassen. Jo, würde ich auch sagen. Dann sag ich, dass das perfekt so ist. Der Anruf ist uns sehr wichtig. Bitte bleiben Sie dran. Bitte warten, please. Ich muss kurz meine Chicken. Please, hold a line. Ein Stück von Essen reden. Nein. Ich hab schon gegessen, ich bin voll. Du bist voll, okay. Ich hab nur noch gegessen. Halleluja... Halleluja... Hallo Falten! Also... Einstielfall. Wenn man mit mir streamt, wird es nie langweilig. weil es einfach nie einen ruhigen Moment geht. Es sei denn, wir spielen im Mongas und wir müssen still sein. Xyra? Es glaubst nur du, dass du nicht langweilig bist. Bitte was? Es glaubst nur du, dass du nicht langweilig bist. Lass mir den glauben! Lass es mir! Ich bin so wieder so nett. Ich weiß, dass ich langweilig bin, aber lass mir doch den glauben! Nee! Xyra ist nicht langweilig! Wie wir gerade schrieben, ja. Kein 2 hat ja vorhin Stollen, als Stollen keinen Fakt gehabt. Hallo! Da steht wirklich sehr, sehr über Jona, ne? Ist da nicht da? Ja. Jona wird als erstes sterben. Nee, 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 nee! Oh, yes, so will ich den Händler! Hab ich da, du, du, du! Das hat meine Kinder nachgegeben. Wo? Bum, bum, bum! Bum, bum! Bum, bum! Falkon, wieso leust du mir? Okay, du. Ja, die Lampe, du, du! Krack da! Hallelu! 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 Hallo, Racer! Hallo, Racer! Hi, Elibu! Scan, Scan! 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 Tschüss, Racer! Hallo, Racer, wir bleiben nur zusammen! Oh nee! Ah, kommt grad rein! Oh Fantastische Hallelu,otte! Hi, mich mal rein! Da, junge, weißt du, und am meistern? Oh realized. Racer, der Azze war mir beide Augen!! Stinty noted. Emmehame's Tupack! Oh yeah. Eiskalt! Ich hab jemandem Vertrauen und ich werde nie wieder Vertrauen aufbauen! Racer, ernsthaft? Vor meinen Augen? Gott, dass du dir das auch vor meinen Augen tun! Das wüsste ich als Einnehmensgeschenk! Ein Liebesgeschenk, bitte, was? Au Racer! Wie kannst du es wagen, Yuna als Zweite zu töten, Racer? Jetzt finden sie die Wetter! Ey, was muss man jetzt machen? Ich bin als Erstes gestorben! Einfach nur Tasks machen! Wir müssen die Tasks fertig haben, bevor wir alle doofeln! Ich bin fertig! Ja, ich bin auch mit einer Karte dran! Ja, gut!